Ich habe gerade mit den Kollegen hier den neuen Chivo Blondroos verkostet. Ein hellgerösteter Kaffee, Trommel geröstet, dadurch im Geschmack ganz anders als traditionelle Filterkaffees. Und damit das nicht nur die Kollegen hier im Haus auch probieren, dann fahren wir doch mal in die Filialen. Da verkaufen wir den ja schließlich und probieren den nochmal mit unseren Kunden. Wollen wir los? Das klappt nicht. Und keine Röstung, schmeckt der Kaffee auch so ein bisschen Fuchte. Blondroos, darfst du mal einen Kaffee. Wollen Sie einen Kaffee? Komm mal her. Schenken Sie mal einen Schritt rein, der neue Blondroos kommt schon hier. Können Sie probieren. Hellgerösteter Kaffee bleibt deutlich fruchtiger, bisschen süßlich.